Dein Hund jagt Autos und zeigt unerwünschtes Jagdverhalten? Ich sag dir, wie du es ihm abgewöhnen kannst. Aber warum jagt dein Hund überhaupt Autos? Nun, dazu gibt es die unterschiedlichsten Gründe, aus denen Hunde Autos hinterherjagen. Ein territorial veranlagter Hund will, dass sich schnell und dynamisch bewegende Autos aus seinem Territorium vertreiben. Bei einem Jagdhund könnte man jagdliche Ursachen vermuten und bei einem Hüterhund könnte man denken, dass er das Auto hüten will, also stoppen will. Nur noch sehr wenige Hunde haben heutzutage die Möglichkeit, ihr Bedürfnis nach jagdlicher Beschäftigung ausreichend zu befriedigen. Denn die wenigsten Menschen gehen mit ihrem Hund auf die Jagd und das Hetzen vom Wild, also zum Beispiel einem Reh oder Kaninchen, wird in der Regel auch nicht gern gesehen. Hat ein Hund also keine Möglichkeit, seine jagdliche Motivation im Alltag entsprechend auszuleben, sucht er sich andere verfügbare Objekte, in dem Fall ein Auto. Darum ist es ratsam, den Hund im Training mit jagdlichen Beschäftigungsformen auszulassen. Es kann sich zum Beispiel um ein Apportiertraining handeln. Suchspiele oder Pferdenarbeit sind ebenfalls Möglichkeiten, einen jagdlich veranlagten Hund zu beschäftigen. Dein Hund scheint es sehr spannend zu finden, Autos zu hetzen, vielleicht auch das Auto zu stoppen, auf jeden Fall dahinter her zu rennen. Dein Hund sollte deshalb das Bedürfnis auch ausleben können und das ist gar nicht so schwierig. Dazu brauchst du natürlich kein Auto. Du kannst hier mit einer Reizangel trainieren. Hierfür nutze einen Stock mit einem nicht zu dünnen Band, an dessen anderen Ende eine und nicht zu schwere Beute festgebunden ist. Nun mach dein Hund auf diese Beute aufmerksam und werfe diese Beute vielleicht ein Stück Kuscheltier ein Stück weg von dir. Sobald nun dein Hund hinterherläuft, um die Beute zu fangen, bewege die Reizangel ein kurzes Stück. Am Anfang sollte dein Hund dabei schnell Erfolgserlebnisse haben und die Beute fangen dürfen. Später dann lass dir ein bisschen mehr Zeit und dein Hund kann länger der Beute hinterher hetzen. Du kannst mit der Reizangel einen Richtungswechsel durchführen, sodass dein Hund nie weiß, wie die Hetze verläuft. Dies war aber erst der erste Schritt. Im nächsten Schritt soll dein Hund lernen, die Dynamik der sich an der Reizangel bewegenden Beute auszuhalten. Dazu muss dein Hund erst generell lernen, auf ein Signal wie Sitz oder Platz zu hören und auf der Stelle sitzen oder liegen zu bleiben. Stell dich nun ein wenig von deinem Hund entfernt hin und werfe die Beute an der Reizangel von dir und deinem Hund weg. Bleib dein Hund nun ruhig sitzen. Belohne ihn mit einem besonders begehrten Futterstück, wie ein Stück Käse oder ein Stück Wurst. Nach einigen Wiederholungen bewege die Reizangel ein wenig. Schritt für Schritt näherst du dich jetzt deinem Hund an, bis du dann wirklich neben ihm stehen kannst. Dein Hund soll ruhig sitzen bleiben, während du die Beute an der Reizangel um euch beide herum bewegst. Hält dein Hund dies eine Zeit lang aus, darf sie zur Belohnung dann natürlich auch einmal so richtig Dampf ablassen und der Beute hinterherjagen. Dein Hund lernt über dieses sogenannte Impulskontrolltraining, sich bewegende Reize auszuhalten und nicht immer gleich hinterherrennen zu müssen. Wenn das gut klappt, dann starte dein Training mit Ablenkung. Wichtig ist dabei, den Abstand zu vorbeifahrenden Autos so groß zu wählen, dass dein Hund sich noch auf dich und die Aufgabe konzentrieren kann. Anfangs solltest du dazu auch noch nicht an der sehr stark befahrenen Hauptstraße trainieren, sondern eher an einer wenig befahrenen Seitenstraße. Sodass es immer wieder auch eine Zeit gibt, in der gar kein Auto vorbeifährt. Heb dein Hund kurz mal den Kopf, sobald ein Auto kommt, mach dann aber weiter und ist wieder mit seiner Aufgabe beschäftigt, ist der Abstand gut von dir gewählt. Schaffst dein Hund nicht mehr, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, musst du diesen Abstand wieder vergrößern. Reagiert dein Hund gar nicht mehr auf vorbeifahrende Autos, kannst du den Abstand Schritt für Schritt im Training kleiner machen. Zudem steigere die Ablenkung, bis dein Hund irgendwann mit dir direkt neben der stark befahrenen Hauptstraße trainieren kann. Natürlich sollte dein Hund hier aber, so wie jeder Hund, durch eine Leine gesichert sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da und ein Like und ein Thanks und eine Kanalmitgliedschaft. Das würde mich freuen. Bis dann, bis bald, bis zum nächsten Video, deine Dogma. Tschau! Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.